Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Einrichten von eurem eigenen Server mit HK Hosting und mir. Heute geht es darum, wie ihr euer Forum ein bisschen mehr, naja, euer Forum machen könnt. Das heißt, wie ihr es customizen könnt, wie ihr es einrichten könnt und so weiter. Und das macht ihr meistens mit Plugins. Plugins sind eine extrem coole Variante und wir installieren heute ein Beispiel-Plugin, nämlich das MyBB Go Mobile Plugin, was ihr unter diesem Link hier oben findet. Aber das ist nur ein Beispiel-Plugin und es gibt noch so viele andere Plugins, die ihr installieren könnt und die ihr wahrscheinlich auch braucht. Zum Beispiel die Shoutbox auf unserem Forum ist auch ein Plugin und dieses Go Mobile haben wir übrigens auch. Das findet ihr unter the-morpheus.de slash forum oder einfach nur unter the-morpheus.de und dort mal reingucken. Ja, würde ich euch stark empfehlen. Guckt einfach mal rein. Es sind haufenweise coole Leute dort unterwegs und ihr passt da sicher gut dazu. Okay, also was wir jetzt machen wollen, ist wir clone oder downloaden das erstmal. Wir downloaden hier die ZIP-Datei. Dann haben wir eine ZIP hier im Ordner und ihr könnt es mit eurem Lieblingsübertragungsprogramm übertragen. Irgendwelches File, Tiller oder sonst irgendwas. Wir werden wieder SCP benutzen. Ihr habt also diese Datei hier bekommen, entpackt das Ganze wie schon gewohnt und dann habt ihr hier wieder so einen Upload-Ordner. So, hier öffnen wir erstmal ein Terminal und jetzt können wir das Ganze wieder benutzen, nämlich mit SCP. Also wir sagen, gut okay, das ist der Buffet von SSH, das heißt zum Einloggen. Wir wollen aber jetzt per SCP was übertragen. SCP-R, also dass wir rekursiv auch die Inhalte der Ordner kopieren wollen, nicht nur die Ordnernamen. Alles nach User mit der IP-Adresse und dann wollen wir das Ganze nach Home slash User slash, achso, den Ordner haben wir noch gar nicht eingerichtet. Machen wir gerade mal. Ich habe hier das Ganze auch schon als andere Command-Line offen. Das ist jetzt auf dem Server, also wir sind eingeloggt als Root. Ja, und jetzt wollen wir erstmal einen Ordner machen. MakeDeer, immer noch vom letzten Video fällt mir gerade auf. Naja, egal. MakeDeer und wie wollen wir das Ganze nennen? Go Mobile. So, jetzt braucht natürlich unser Benutzer die Rechte daran, das heißt ch-own-user-go-mobile und schon gehört unserem User dieser Ordner. Okay, wechseln wir mal wieder hier rein und ja, wir wollen jetzt das Ganze natürlich nach Go Mobile kopieren und warten kurz, bis alles da ist. Ihr seht, es geht relativ schnell. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles. Jetzt müssen wir wieder in unser, nein, das Terminal habe ich gar nicht gemeint, warum ist denn das offen? Egal. Okay, jetzt müssen wir wieder in unseren Go Mobile Ordner gehen und wir sehen hier, aha, wir haben alles. So, und jetzt ist immer so eine Datenstruktur hier. Ink, Images und J-Scripts und Plugins und so weiter und so fort. Das sind tatsächlich auch die Ordner, die ihr finden werdet, wenn es in eurem, also in eurem Forum tatsächlich drin ist. Das heißt, wir können jetzt einfach mal kurz gucken. Wir haben in User, Share, Nginx, HTML und Forum, da haben wir genau dieselbe Ordnerstruktur. Wir haben hier Images, wir haben hier Ink und wir haben im Notfall, falls es welche gibt, auch J-Scripts. Wir haben Admin, wir haben Archive, okay, Attachments haben wir auch, aber das ist kein Ordner. Und das sind genau die Ordner, wo ihr das Zeug dann rein kopieren müsst. Das heißt, ihr kopiert euch einfach zum Beispiel, wir gehen jetzt, Achtung, wir sind in den Go Mobile Ordner, also in dem Ordner mit dem Plugin, da haben wir die Daten quasi drin. Wir wollen sie rüber kopieren, wir gehen in den Ordner Images rein, dann gehen wir in den Ordner, nee, brauchen wir gar nicht, dann sehen wir hier den Ordner Mobile und jetzt wissen wir, aha, der Ordner Mobile gehört in den Ordner Images. Also sagen wir Copy, Rekursiv alles und zwar nach User, Share, Nginx, HTML, Forum und jetzt wichtig Images. Da wollen wir das ganze Zeug drin haben. So, jetzt gehen wir wieder raus und gehen in den Ink-Ordner rein und gucken uns an, ah, was haben wir denn hier? Gucken wir mal in Languages rein, okay, englische Sprache, okay, und hier haben wir nur eine Datei, das heißt, wir kopieren diese Datei und zwar nach, naja, wo braucht man die wohl drin? Wir kopieren sie nach User, Share, Nginx, HTML, Forum und dann, Achtung, jetzt wird es spannend, Ink, Languages, Englisch und ja, hier muss sie rein, fertig. Jetzt gehen wir wieder eins raus und gucken uns an, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch den Plugins-Ordner. Den Plugins-Ordner sind zwei Dateien drin, also kopieren wir alles und zwar, wohin? Na ja, nach User, Share, Nginx, okay, jetzt wird es langsam langweilig, wir haben das alles schon geschnallt, Forum und dann, wo müssen wir rein? Ink, Plugins. So, und schon sind wir fertig. Das war's, jetzt ist euer Plugin sozusagen da. Es ist aber noch nicht aktiv und es ist auch noch nicht aktiviert und noch nicht eingerichtet. Das heißt, was ihr jetzt machen müsst ist, ihr geht erstmal in euer Forum, also hierher und jetzt wollen wir natürlich, na ja gut, wir sind jetzt hier nicht registriert, blöd gelaufen. Jetzt wollen wir uns erstmal einloggen, okay, also als Admin, okay, da sind wir wieder. Wie gesagt, das ist nicht das richtige Forum, das richtige Forum findet ihr unter the-morphice.de slash forum slash, okay, also ganz wichtig. Okay, dann wechseln wir hier ins Admin-CP, hier müssen wir uns jetzt nochmal anmelden. So, und dann sind wir hier und hier können wir jetzt tatsächlich mit den Plugins, übrigens Sprachen gibt es auch als Plugins, also zum Beispiel Deutsch, Du oder Sie gibt es beides als Plugins, auch für den Admin-Teil, aber wir machen das jetzt hier einfach mal so, weil wir es noch nicht gemacht haben. Wir gehen hier unter Plugins und hier sehen wir, dass das MyBB Go Mobile Plugin da ist. Also das ist einfach inaktiviert und ja, es ist da. Gut, das heißt, wir gehen jetzt hier auf Installieren und Aktivieren und schon ist das Ding aktiv. Jetzt können wir das Ganze einstellen, indem wir hier wieder auf Configuration gehen und nach ganz unten scrollen und hier unten haben wir, falls das Plugin Settings hat, Achtung, es gibt nicht in jedem Plugin gibt es Settings, aber ich habe jetzt eins ausgesucht, das Settings hat, die finden wir ganz unten drin. Hier können wir jetzt alles einrichten, also zum Beispiel Theme-ID, können wir hier das Theme noch bearbeiten, das ist natürlich dann eure Sache, welches Theme ihr davon wollt. Dann der Host-Namen, also wie das Ganze Ding heißen soll, wie der Home-Link ist, also wenn man beim Forum auf Home klickt, was dann passieren soll und was für einen User-Agent wir hier haben, aber das ist eigentlich alles in Ordnung. Hier vielleicht den Namen einrichten und das hier, aber ansonsten braucht ihr nichts. Andere Plugins haben wichtigere Settings, zum Beispiel kann man in der Shout-Box, die wir auch auf unserem Forum haben, kann man einrichten, wie viele Shouts angezeigt werden sollen, welche User darauf Zugriff haben sollen, also zum Beispiel kann man bei mir auf dem Forum die Shout-Box nicht sehen, wenn man nicht angemeldet ist. Solche Dinger kann man da zum Beispiel einrichten. Okay, das war es schon von meiner Seite, ich hoffe es hat euch gefallen, jetzt wisst ihr, wie ihr Plugins hier in myBB reinbekommt und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!